ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ah, das ist doch relativ teuer, das jetzt hier auszubauen. So, wir brauchen, oh, wir brauchen sehr viele Wohnungen. Ich mache die erstmal alle voll. Das dürfte ja erstmal ausreichen. Ich hoffe, das reicht. So, noch zwei. Ich kann so meine ganzen Tweets hier oben durchlesen. Oh, wir haben schon so viele verpasst. Äh, wir haben uns immer verlangt. Okay, hier wieder, soll ich wieder auf Diebe aufmerksam machen. Stimmt, das wäre sinnvoll, hier unten noch unterzuziehen. So, so. So, so. sehr schön von wohnungen erreicht das auch erstmal und wir strom ja man kann geld für strom die kosten aber auch zwölf die kosten doppelt so viel machen aber mehr zu viel wir müssen erst mal das was warten also wirklich auch mal machen können und man so ein bisschen was haben wir dann für eine warte gucken dann beschweren sie sich jetzt beschweren sie sich das reicht aber auch schon und wir haben schon bald wieder eine neue stufe 5.500 mal dafür aber ich habe eine herrungenschaft bekommen 25.000 pro woche bekommen alles klar also ich hoffe dass man auch die produktion dabei sehen kann oben wäre ich perfekt was ist das budget 100 prozent wenn wir jetzt kurz gucken um auf die 110 gehen das sieht gut aus weil sie werden auch erstmal keine mehr benötigt heißt das ist eigentlich ganz gut wo kann ich wieder was abreißen ja twitter bitte hier mal schließen das sind beide abgebrannt so jetzt mal unser schickes viertel ich kann mal gucken ein bisschen dekoration reinpacken japanischer garten der ist recht klein ein paar davon bauen können wir schon ne ach ich wollte bildung noch machen ah gut dass mich das ding dran erinnert eins zwei ob wir sogar noch eine dritte gleich hinten bauen die bereicht sogar noch mehr so ein bisschen unterschrauben jetzt hier aus kriminalitätsrate ist sehr niedrig auf 80 runter gehen das gebäude haben noch gar keine ok das macht jetzt auch keinen unterschied aber trotzdem erstmal runter passt das immer noch ah das sieht immer noch gut aus da brennt etwas und da ist schon wieder was verlassen okay schon mit verbrennungsangebauen ne warum noch mehr nein ich will gerne aufpassen dankeschön müll deponienauslastung 50% voll ich sehe schon dass die ganzen zeichnen sich schon wieder aufblicken heißt eigentlich dass es nicht unbedingt so gut ist ich mache jetzt erstmal hier das voll mit den dingern nämlich günstiger und produzieren schon fast mehr als genug geld und produzieren fast mehr als das ding das hat mich jetzt eigentlich nur geld gekostet muss ich jetzt mal ehrlich sagen ok ich wünsche welche dass sie nicht auch nicht tot wird dann bauen wir hier doch nochmal einen ding hin können wir noch zwei machen ne dafür nicht genug geld dann bauen wir doch dann noch einen hin oh ist auch eine sehr dicht befahren ich kann es kurz nach dem traffic die straße ist nämlich sehr dicht befahren heißt wir werden hier jetzt mal ein bisschen aufleveln hier ist bereits gelegt belegt von dem scheiß da ok da muss ich dann nicht gleich mal drum kümmern haben wir hier unten alle kein strom ne ja müssen aber alle hier durch diese kleinen engpässe durch ja ich weiß ich muss das hier nochmal ganz kurz komplett umbauen also vielleicht mal von hier aus hier zack zack das hängt alles zusammen so wirst du jetzt aufleveln ne weil das ding hier im weg ist ja ganz kurz ja 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 so ah ich muss das ganz aneinander umbauen heißt wir müssen uns einfach kurz das kaufen ist ein bisschen teuer aber nein jetzt habe ich das falsche gekauft ne fuck ja ist bereits gelegt nicht rasteln so so dann passt das nämlich alles erstmal so muss ich hier die bei den Gebäuden wieder wegreißen ok ich muss das auf jeden Fall auch umbauen wir müssen die aber erst leer sein ich wollte sie nämlich verschieben dafür müssen die leider erst leer sein Feuerwehr eigentlich volles Budget jetzt nämlich nicht wird vorher mal Feuerwehr haben auch volles Budget laufen vollem Budget laufen lassen hier haben wir auch schon öffentliche Verkehrsmittel so nicht schlecht so jetzt haben wir hier unten Autobahnkreuz und alles mögliche was wir jetzt benutzen können aber ich wollte ja auch gerne das Ding hier mal benutzen ich muss hier ich habe schon das Ding hier halt ich habe es nicht warm 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 Ich werde es eigentlich gerne anders drinnen haben. Ich werde es eigentlich gerne anders drinnen haben.